Der nächste Kurs wird ganz anders wie die anderen Kurse. Du hast Fragen zur Natur, zu Naturwesen, zu Außerirdischer, Unterbewusstsein, Zellinformation, Wesen, die das Geld verwalten, die dein Geld verwalten. Es gibt zum Beispiel sieben verschiedene Wesen, die Zugang zum Geld haben und das Geld verwalten. Und dann kommt es auf dich darauf an, welche Einstellung hast du zum Geld und je nachdem holst du dieses Wesen herbei. Und dann ist dein Zugang zum Geld über dieses Wesen, was du empfindest. Es gibt vieles, was ich weiß von den letzten 24 Jahren, was ich gechannelt habe, was ich erfahren habe. Es gibt ganz, ganz vieles Wissen. Und wenn du auch Fragen hast, egal welchen Punkten, dann bist du richtig im neuen Kurs. Der nächste Kurs wird so ablaufen, dass du alle Fragen, die dir auf dem Herzen sind, stellen kannst. Allgemeine Fragen. Du stellst sie in die Gruppe und ich beantworte sie. Wenn es auch dazu kommt, dann kann ich auch außerirdische Channeln, Naturwesen Channeln, alles mögliche Channeln. Ich freue mich sehr auf deinen neuen Kurs, der in Kürze anfängt. Wie gehabt, melde dich einfach an.